Hey Schosch Leute, ich bin's euer Schoschmann und ich wollte euch ganz kurz nur, ich muss das hier leider wirklich relativ kurz halten, weil sich das hier zeitlich bei mir heute mehr beißt, als ich das eigentlich machen wollte. Aber jetzt am Samstag, den 20. gibt es wieder einen 12-Stunden-Stream und genau jetzt, wo es natürlich so ein bisschen zu Richtung Halloween geht, machen wir natürlich auch einen 12-Stunden-Halloween-Stream, ergo, also jetzt halt, das ist jetzt der, ne, das ist jetzt quasi der Halloween-Stream, der jetzt diesen Samstag kommt, basically. Und dann gibt es da Sachen wie Haunting Ground, Luigi's Mansion, vielleicht noch mehr Resident Evil, ich hab da so eine ganze Liste voll mit Zeug, wo super reinpassen würde, wo ich auch so nebenbei streamen kann, denn. Und ich denke mal, das würde dann morgen ganz, äh, Quatsch, morgen, übermorgen ganz gut passen. Heute, also jetzt gleich stream ich noch ein bisschen Resident Evil Zero weiter und, ja, ich versuche aktuell so ein bisschen das Halloween-Programm zum Laufen zu bringen und versage überwiegend wieder mal kläglich, also, äh, ne, wie das ja bei mir nun mal so ist, leider, aber ich, äh, werde trotzdem versuchen, das hinzukriegen und nächstes Wochenende, das, äh, darf ich euch auch jetzt schon mal sagen, ich hoffe, dass da, dass das funktioniert, dass nächste Woche, denn, also quasi das Wochenende vor Halloween, denn auch nochmal ein kleiner, etwas besonderer Stream kommt, aber da muss ich noch gucken, da muss ich noch ein bisschen Planung, äh, beinhalten, weil, äh, das muss ich, das kann ich nicht alleine machen, das möchte ich mit mehreren Leuten machen und das, äh, will take some time und das ist ein Problem, deswegen, äh, ja, äh, das sind Dinge, aber das ist so bislang der Stand der Dinge, auf jeden Fall, äh, morgen, sag ich schon, ich, es ist nicht morgen, es ist Samstag, 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 den 20. um 11 Uhr geht das denn wieder los, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung, ich hoffe, ihr schaltet ein und wir sehen uns dann da, bis zum nächsten Mal, ja, Leute, baaah! Bis zum nächsten Mal, ja!